Hallo liebe Depock-Jury, wir sind Fabian und Martin. Wir sind die Gastgeber des Podcasts Reingezwitschert vom NABU. Und ich bin Simon, Konzepter bei der Agentur Panorama 3000. Zusammen mit dem NABU haben wir einen Podcast realisiert. Genauer, einen Vogelpodcast. Seit es hier NABU gibt, schützen wir Vögel. Wir, das sind über 77.000 Menschen, die das ehrenamtlich machen. Irgendwann fragten wir uns, warum haben wir eigentlich keinen Podcast, der Menschen mit ihrer Vogelbegeisterung abholt. Denn wir selbst lieben Podcasts und uns war klar, das hier soll ein Format werden, das wir und unsere Liebsten selbst gerne hören würden. Und nicht irgendein weiterer eintöniger Marken-Podcast. Unsere Mission, wir bringen Vögel aus der Nerd-Nische in die Podcast-Charts und damit den NABU noch näher an die Menschen. Dabei aber niemals abgehoben, wie unsere Lieblingsgeschöpfe, sondern immer sympathisch und nah am Alltag. Wie mein Podcast für alle, die auf Vögel fliegen. Und da kam Panorama 3000 ins Spiel. Wir legten los mit einem gemeinsamen Workshop und bauten ein Konzept. Gemeinsam mit dem NABU kreierten wir alle Bausteine für unsere neue Podcast-Marke. Und dann ging es für euch ans Mikro. Ganz ehrlich, wir sind echt glücklich. Denn reingezwitschert trifft anscheinend einen Nerv. Wir haben über 190.000 Abrufe, sind regelmäßig in den Charts und erhielten bisher über 500 Top-Bewertungen. Und wir bekommen viele Fragen von Fählens. Wir sind unglaublich dankbar für so viel Zuspruch. Wir haben unsere eigene Mission erfüllt, dem NABU und dem Vogelschutz eine neue Stimme in der Podcast-Welt zu geben. Und jetzt wollen wir in eurem Pitch rein switchern. Bis dahin, hört doch mal rein.